Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 You're him, ain't you? The outsider. No, so they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. What I mean? Are you one of them? And which side are you on? You mean Wyatt, ain't I trying to kill you? I've been... unborn. Seemed too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The...heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when nah. Pressed himself in my Annalene. And she not but fifteen. I'm sorry. But when he sent my grandson... Baby, he put in her... Was might the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. I gave her chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry. Your daughter. She was eight months pregnant. Blonde hair cut like a voice. Yeah. What do you know? You've seen her? It's why we came here. Is she alright? Please. Mishner, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. Oh, thank God. Oh, thank God bless you. Come on. Alles klar. Ethan. Ethan is our friend. Oh, oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. I... I... You can hide, until you're fixed up. Okay. So, dann gehen wir mal runter, ne? Danke, Ethan. Verbände kann ich nicht mehr tragen. Schlafen? Okay, wir können schlafen. Bitte, Blake. Wo sind Sie? Ich bin Angst. Er kommt. Er ist hier! Geh weg! Ich habe nichts. Ich kann Papa's Gospel. Ich habe ihn 100 Mal gesehen. Wenn ich weiß, wo ich war... Der Prophet nicht braucht, in der Verkaufung der Verkaufung. Noth fragt noch andere Heretics in der Kapel. Gott will guide you. Ich bin nicht der Verkaufung! Du hast, als du denies den Propheten, deine Frau, hast du denies, hast du denies. Bitte! Bitte, bitte, jetzt bitte, jetzt! Nein, der Außensein ist. Seine Seine begann den Feind. Gott und der Propheten beide wollen es gut. Bitte, bitte, ich kann es erklären! Gott, du hörst, der Mann! jetzt rausgehen oder ja ich glaube das war es mit ethan ne scheiße ist jetzt abgehauen oh you didn't give me up to her not even though she okay okay that woman or whatever she is beat him to death something about finding lynn something about a chapel okie dokie hat der dann wenigstens noch ein paar batterien für mich hier nein da hat er noch was leckeres zu essen hier okay also mein samen zeugt den feind was auch immer das bedeuten mag ach guck mal da sind batterien ja ne batterie mein samen zeugt den feind und lynn hat auch irgendwie was damit zu tun aber whatever 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 it is so was denn überhaupt die kapelle okay jetzt muss ich zur kapelle wo ist die ne karte wär ganz geil mal hier lang gehen mal hier lang gehen mal hier lang gehen okay was ist hier kommen wir hier durch ne da ist eine Kette vor und hier und hier da kommen wir glaube ich her ne gut da wird wohl der einzige weg ist dann scheinbar hier lang kann man ganz kurz checken nein achso andere stick ich habe noch eine batterie drei verbände ok alles gleich hin dann gehen wir doch mal dann gehen wir doch mal wir gucken erstmal hier ah das ist nämlich eine batterie noch ne sehr gut hab ich jetzt zwei ja ok zwei batterien und dann wird es hier leider nicht weiter gehen oder ich gehe da irgendwie durch unten drunter ne durchkriechen kann ich da auch nicht so aber hier ging es doch auch nirgendwo weiter oder nicht nur eine Schippe ne hier ging es nicht weiter hier ging es auch nicht weiter ok man kann es ja eigentlich nur hier irgendwo weiter gehen richtig wenn du lange rennst wirst du erschöpft ok also geht es wahrscheinlich hier lang ne hm da läuft schon wieder einer aus dem Metzger das ist eine Frau ne da ist eine Frau ne und ich verset wieder irgendein latinistenscheiß aber dahinten geht es auch auch nicht weiter, oder? Nee, aber es scheint der Weg wohl hierher zu gehen. Doki. Schwimmen ist anstrengend. Ich finde einen sicheren Boden, um mich zu erheben. Ja, okay. Dann gucken wir mal. So, die alte ist weg. Kommen wir hier irgendwo aus dem Wasser wieder raus. Kommen wir hier. Okay. Nur gerade aufpassen, dass mich hier keiner sieht. Komme ich bestimmt nicht hoch, ne? Nee. Auch da. Okay. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Hier geht es jetzt nur hier. Oh, fucking Christ. Alter. Alles klar, Kinder werden hier gehäutet und an Kreuze genagelt, aufgehangen. Alter Schwede, was ist hier los? Mal mal ganz kurz hier oben gucken. Hier liegt ein Verband, den brauche ich gerade nicht. Keine Batterie. Okay. Okay. Die Olle ist wohl weg. So. Wie groß das auch einfach hier ist. Okay. Oh. Nein. 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 Scheiße. Achso. Okay, da kann ich nicht hinterher. Oh oh. Oh oh. Oh oh, wo muss ich... Nein! Das ist nur doch ein Zaun. Lauf! Oh, Alter. Come on, Rejoice! This is a silly, you wicked one! Oh oh. Nein! Lauf! Oh shit, wo muss ich hinlaufen? Ich glaube, das ist keine so coole Idee, oder? Oh, da war einer. Okay, das ist weg. Uh. Kommt wieder einer? Mhm. Hau'n die jetzt irgendwann ab, oder? Ja. Das ist... Ich würde jetzt gerne wissen, wo ich hinlaufen muss, ne? Ich weiß es nicht. Oh, be careful, little eyes, what you see, oh, be careful, little eyes, what you see, there's a father up above and he's looking down in gloves, careful, little eyes, what you see, oh, be careful, little hands, what you do, oh, be careful, little hands, what you do, there's a father up above and he's looking down in gloves, so be careful, little hands, what you do, oh, be careful, little mouth, what you see, oh, be careful, little mouth, what you see, there's a father up above and he's looking down in gloves, so be careful, little mouth, you see. Hey, the outsider! Ah! Ha! Ah! Ah. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020